Wir haben keine Achtung vor euch, denn ihr seid nicht unsere Polizei, ihr seid die Wirtschaftsprügler, die Durchprügler. Die kriegen eh nicht viel Geld dafür, gell? Ja, da muss er halt mal was lernen, hat doch mittlere Reife, war bei uns mal früher ein besserer Sonderschulabschluss. Wenn ihr zu wenig Geld verdient, dann müsst ihr euch Büro besuchen, wo ihr was können müsst, und dann kriegt ihr euer Geld. Aber wir haben auch Stände und die Landbedrohung. Zu uns hat die Standkurveinfahrt, ihr müsst sofort raus, wir haben da gar nicht in Zeit irgendwas. Jetzt lassen wir alle die Leute in Ruhe, Respekt gegenseitig. Oh ja, jetzt kommst du wieder durch Super-Pazifisten. Oh blöd Mann, geh hin, gib so eine Beamtin den Kuss. Die Super-Pazifisten zum Meer. Ja, klar. Aber du, wenn du Frieden willst, dann musst du den Pazifisten machen. Ja, da muss ich ein bisschen was tun, du schmeißt mal ein Zappel. Doch, das bist du. Wenn ich nie will, muss ich nachdenken. Das gilt für die Leute. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Vielen Dank.